hallo zusammen die einfachste und beste eisen farm in minecraft warum ist sie die beste eisen farm in minecraft aus dem einfachen grund da sie sehr wenig aufwand benötigt um sie zu bauen also es wirklich sehr sehr einfach sie zu bauen aber wir hatten riesen nutzen sind sie produziert die ganze zeit eisen für euch und das von automatisch ihr müssten nichts dafür tun außerdem natürlich einmal zu bauen und dann könnt ihr euch jede zeit euren eisen abholen das hier für euch gefarmt wird was zeige ich euch hier in diesem video ich zeige euch einmal wie funktioniert diese eisen farm wie baut man sie und was benötigt man dafür wie funktioniert diese farm und am besten man stellt sich das in vier teile vor der erste teil ist dieser raum hier er hat drei betten und drei villager der zweite teil ist dieser kleine raum nebenan darin ist ein zombie villager der gefangen ist und als drittes gibt es hier oben diese terrasse diese terrasse besteht einmal aus lava und aus wasser dieses wasser fließt hier gegen die lava und was passiert nun die villager hier unten sie haben angst vor dem zombie und deswegen lassen sie ein eisengolem spawnen so wie jetzt hier gerade und dieser eisengolem wird von dem wasser hier gegen die lava gedrückt und dadurch stirbt er und wenn er stirbt kommt der vierte teil dieser konstruktion und zwar diese trichter nachdem er gestorben ist lässt der eisenbaren fallen und diese eisenbaren fallen in diese trichter und aus diesen trichtern gelangen sie in diese truhe und dann könnt ihr hier nachschauen und seht hier eure eisenbaren die könnt ihr dann einsammeln euch ist bestimmt auch aufgefallen dass es hier sehr viele teppiche gibt und ich zeige euch das mal von oben das hat auch einen bestimmten grund diese ganze form ist von teppichen umgeben aus dem einfachen grund weil die eisengolems nicht auf teppiche erscheinen also spawnen können und deswegen bleibt ihm nichts anderes übrig als immer hier in diesem wasser zu spawnen und dann gegen die lava gedrückt zu werden bevor ich euch nun zeige wie ihr diese form bauen könnt habt ihr die möglichkeit mich zu unterstützen indem ihr einfach dieses video leicht und wenn ihr lust habt könnt ihr diesen channel auch abonnieren vielen dank dafür wie baut man die farm und zwar beginnt man als erstes ein rechteck zu bauen es muss vier breit sein also vier blöcke breit und sieben blöcke lang wenn ihr seht dass hier jetzt bin ich auch schon fertig es ist sieben lang vier breit und an den ecken da macht ihr jeweils eine säule die drei hoch ist auch hier auf der seite auf jeder ecke gibt es noch mal drei stück nun nehmt ihr eine dieser ecken und zwar beziehungsweise eine dieser seiten und zwar eine der kurzen seiten und stellt hier zwei betten hin die betten müssen so hingestellt sein dass die kopfkissen nach innen zeigen und dann geht ich hier auf diese seite und legt hier auf der seite auch noch mal ein bett hin auf der seite auf dem dass das einzel bett steht nun gibt es hier eine quasi eine freie einen freien gang den macht ihr auch zu indem ihr hier noch mal eine zusätzliche säule hin baut jetzt könnt ihr die falltüren nehmen und die falltüren stellt ihr hier unten hin und klappt sie auf auch auf diese seite wo das bett ist also wo die wo die fußseite des bettes ist auch hier stelle noch mal eine falltür hin und klappt diese auf nun könnt ihr folgendes machen nun könnt ihr eine decke ziehen und zwar indem ihr hier diese ganzen ecken miteinander verbindet und hier eine komplette decke über das ganze zieht das seht ihr sieht bei mir dann folgendermaßen aus ich habe jetzt gesagt über das ganze aber das stimmt nicht ihr zieht die decke nur fünf breit als das ganze ist sieben blöcke breit aber die decke ist fünf blöcke breit und hier wo die decke aufhört hier brauchen wir tatsächlich nur zwei säulen so sieht das ganze aus ihr habt jetzt hier die zwei betten hier das einzelbett hier sind ja diese falltüren hier ist das kleine zimmer in das das in das der zombie hineingeht hier gibt es auch noch mal eine falltür und auch an dieser stelle über der falltür gibt es noch mal eine stufe ihr könnt sie aus holz machen oder aus stein auch übrigens welchen stein ihr hierfür verwendet ist völlig egal nun müsst ihr als nächstes folgendes tun ihr nehmt hier eine truhe baut sie hin und an diese truhe baut ihr eine zweite truhe ihr könnt zwei einzelnen nehmen oder ihr macht direkt eine große draus ich bin eher der freund von einer großen auf diese zwei truhen setzt ihr nun zwei richter und auf diese richter setzt ihr auch noch mal zwei richter und war dass diese zwei auf die zwei hier zeigen somit wenn ich etwas rein fällt fällt es immer in diese richter hinein und wird dann direkt in die truhen weitergeleitet ebenso setzt ihr hier noch mal zwei richter an die seite diese zwei richter zeigen in die richtung der zwei richter über der truhen und schauen wir uns das ganze mal von der seite an ob das so passt ja das passt so wenn ich jetzt hier irgendetwas hinein fallen lasse dann auch hier noch mal trichte hin machen dann haben wir insgesamt acht aber sobald ich hier irgendwo irgendwas hinein werfe sollte das in der truhe landen nun machen wir hier oben an der terrasse weiter und hier setzt ihr nun mauern einmal komplett als geländer auch über die trichter und nun ist es wichtig an der stelle an der die lava kommt bedeutet hier also an diese trichte ihr setzt denn noch mal eine weitere mauer in die ecke und an der stelle noch mal zwei in jede richtung damit habt ihr hier noch mal fünf mauern nun nehmt ihr folgendes nun nehmt ihr schilder hier ist egal welche schilder ich nutze jetzt hier eichenholz schilder und diese setzt ihr jeweils an die letzte an die letzte mauer und eine dritte setzt ihr hier unten an eine innere mauer somit habt ihr jetzt hier eine hier unten eine und hier und hier oben eine also ich zwei hier oben eine unten wozu das ganze da braucht ihr nun die lava denn wenn ihr jetzt hier lava hinein gibt bleibt diese lava einfach schwebend oben stehen und damit haben wir uns gelaber und wir können auch schon den eimer wasser nehmen und den setzt sie einfach gegenüber der lava hier einfach hier hin und ihr seht ich werde auch schon in die lava hinein getrieben und damit ist die terrasse oben fertig hier werden dann die golems vorne und gegen die lava getrieben werden nun machen wir hier unten weiter und zwar fangen wir an der seite an an der das einzelbett liegt und diese seite machen wir einmal komplett zu also diese linke diese lange seite die wird einmal hier komplett zu gemacht mit glasblöcken und auf der anderen seite auf der hier quasi platzfrei ist neben dem bett das machen wir auch zu aber das machen wir nicht komplett zu und zwar lassen wir hier zwei blöcke unten frei warum machen wir das ganze das erkläre ich euch was ihr auch noch braucht ihr braucht hier temporär einen steg zu diesen diesen zwei freien lücken und zwar müsst ihr diesen steg nutzen um einen dorfbewohner via boot in dieses in diesen raum zu bringen wenn ihr das gemacht habt dann steigt ihr hier aus und nimmt auch das bett das bett das boot natürlich weg und dann ist diese dorfbewohner hier gefangen ihr braucht natürlich auch noch mal ihr braucht natürlich auch noch mal das boot um hier raus zu gehen oder ihr seid ganz schnell und trickst ihn aus diesen vorgang müsst ihr dann dreimal wiederholen bis ihr dann drei villager hier gefangen genommen habt und dann könnt ihr auch diese lücke schließen anschließend benötigt ihr auch den steg nicht mehr als nächstes kümmert ihr euch um die teppiche und dafür legt ihr zuerst neun teppiche auf jede seite bedeutet von jeder seite dieser farm setzt ihr einmal neun teppiche entfernt nun verbindet ihr alle seiten miteinander und dann sieht das so aus als hättet ihr hier ein riesen rechteck um die farm herum und alle seiten sind neun blöcke entfernt zu der farm anschließend befüllt ihr alle flächen mit teppichen so dass wirklich keine einzige fläche hier frei ist und alles voll mit teppichen ist als letzten schritt brauchen wir natürlich auch den zombie dorfbewohner und dafür müsst ihr mal temporär einige diese teppiche entfernen und da wo der zombie hinkommt und das ist dieser kleine raum den wir hier hinten gelassen haben da setzt ihr einmal schienen hin und auf diese schienen setzt ihr eine dore nun ist es folgendermaßen eigentlich müsstet ihr jetzt warten bis es nacht wird und sobald es nacht wird sucht ihr euch dann einen zombie und schubst ihn in diese lore und könnt das ganze dann und könnte dann hier rein schieben da ich jetzt nicht auf die nacht warten möchte werde ich folgenden trick anwenden aber ihr seht das ganze wird dann auch so bei euch funktionieren ich werde jetzt hier einfach einen einen zombie dorfbewohner spawnen lassen und schiebe diese lore und schon ist er gefangen nun kann ich auch hier diese diese schienen entfernen und den teppich auch wieder anbringen ihr merkt auch sobald ich diesen zombie dorfbewohner eingesetzt habt geht es hier oben schon los und ein golem ist gespawnt und wird hier auch direkt gekillt und das ganze hoffentlich funktioniert es denn hier sind eisenwaren also hat das ganze funktioniert anschließend könnt ihr hier diese seite vom zombie dorfbewohner zu machen und noch ein kleiner tipp wenn das ganze nicht sofort funktioniert wie bei mir dann müsst ihr folgendes machen ihr macht einmal diese seite hier auf wo sie quasi kontakt haben also der zombie bewohner und die drei villager da nehmt ihr dann einen blog das ist egal welchen ihr versperrt ihnen die sicht zu ihm und entfernt diesen blog wieder nun müssen sie eine nacht quasi erlebt haben also eine nacht muss da sein und danach sollte das ganze direkt funktionieren aber ihr seht bei mir funktioniert das sofort und es formen hier immer mehr und mehr und ich hoffe auch die eisen ja auch die eisen werden immer mehr und mehr was braucht man dafür 58 stein eine holzstufe zwei falltüren zwei truhen ein eimer lava ein eimer wasser drei betten acht richter und 23 mauern 23 glasblöcke eine lore einige schienen und auch einige temporäre blöcke wie ihr gesehen habt und falls ich mich nicht verzählt habe dann 522 teppiche und ihr seht während ich hier weiter erzähle funktioniert auch und läuft die farm auch weiter und farmt hier fleißig eisen ich hoffe das ganze hat euch geholfen ich würde mich freuen wenn wir uns auch beim nächsten video sehen bis dahin macht's gut